Nein Das ist so eine Pyramide, nur im Sumpf Ja, pass bloß auf, ditte, ey Ja, ich pass auch lieber auf Boah, Sepp Hab it Oh oh Schön Oh Ich guck mal eben nach wegen deiner komischen Na Pearl da, ob ich die hab Zeig ich mir gar nicht über Level 19 Zeig ich mir gar nicht über Level 20 an Ja, hab ich nicht Oh, Emeralds 20 So Ich muss mir ein Lager bauen, Alter, unbedingt Ja, das brauche ich auch noch Oh, Glas Kann das sein, dass der in dem mittleren Feld gar nicht über 20 geht Weiß nicht Boah, Sepp Ich hab 5 Diamanten gefunden Fünf Stücke Ich glaub ja immer noch, dass das Fail ist mit den Büchern, ne Ich glaub da fehlen noch ein paar An der Ecken Na, warum geht da 30 Hm Schon, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass die heftigen Verzauberungen nicht da drin sind Auch wenn da 30 steht Auch wenn da 30 steht, heißt das nicht, dass das die heftigen Verzauberungen sind Ja, also ich mein, man könnte das ja einfach mal ausprobieren Da irgendwie nochmal An jeder Ecke nochmal so Zwei, drei Bücher Regal hinzumachen Einfach mal so, um zu gucken Ja, ich hab jetzt Level 19 Weil ich hab Effizienz 2 Siehste, wundert mich auch Weil wir kriegen irgendwie immer nur eine Verzauberung drauf Auf normalerweise, obwohl ich hatte schon einmal eine mit zwei Ich will Unbreakable haben Ich hab bisher Unbreaking Das hab ich auch Drei hab ich davon Jetzt die Effizienz 4, Alter Wie schnell man damit abbaut Mit Goldhacken So, hier hatte ich aufgehört Hier war das mit den Spinnen, ne So, Cave Diesmal wollte ich keinen Tempel finden Und finde erst einen Tempel Spinne, Spinne Hier waren nämlich drei Spinnen-Spawner Drei Spinnen-Spawner? Dreck nebeneinander Ey, das kann ich nicht machen, Alter Alter Also Spinnen Spinnen sind ja wirklich Der größte Dreck in dem Spiel, ne Ganz im Ernst Das sind solche kleinen, drecksverdammten Nasenwesen Ja, diese Giftspinnen Das sind die einzigen, die mich richtig aufregen Aber die anderen, die sind mir eigentlich egal Das wird richtig hardcore, ey Das wird richtig hardcore, ey Wow, Alter, hab ich Wow, 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 wow Meine Welt generiert gerade nicht Ach, ich baue einen Flachter Oh, jetzt ist er übrigens mit dem Lichtfels Habe ich jetzt erst rausgemacht Ja, so wird wahrscheinlich einige noch aufgefallen sein Ich habe das endlich mal gemacht So oft davon geredet, aber er hat einfach nicht gemacht Mir ist, boah, bei mir ist so dunkel Ich sehe gar nichts Oh, der arme Tüte Da hat er Angst Und ich habe voll die Welch-Welch-Backs-Kacks da O Schwein, du blödes Hans-Schughacke Geht da weg Der Hans-Schughacke Der Hans-Schughacke Aua Der Hans-Schughacke Geht da weg Der Hans-Schughacke Das Home-Schuh-Bakke Geht da weg komische eine wasserrutsche nach unten hin machen aber wo sind denn die enderfehler und das ist doch gar nicht nervig ständig hier hoch zu gehen ich glaube ich vorher mal überlegen sollen ich habe gerade meine orientierung komplett verloren jetzt ein 8 bekomme ich boxe schon mal da sind lichter ja leute ihr seht bei mir bestimmt richtig wenig ich sehe selber aber nicht viel außer dem mond du komm mal her jetzt komm mal her gut hier war ich schon das heißt ich sollte eigentlich in die richtung gehen aus der ich gerade komme das ist aber auch scheiß wenn es dunkel ist der siehst ja gar nichts macht doch dein ding auf 800 prozent meine breiteness aus ja kann sagen wie breit du bist ja ja klar ich bin ich bin noch nicht mal was rauchen ich bin nichts rauchen alter kannst du einstellen ich will so und so breit sein entweder bist du so breit dass du noch genug chillen kannst oder bist so breit dass du direkt einpenst ich bin beides ja wie geht das denn wie kann man so breit sein dass man pennt und so breit sein dass man chillt ja ok da glaube ich ich kann chillen pennen und tischtennis spielen das ist ja wie bei naruto nur besoffen kämpfen kann das ist ja so ein wunderbares haus das ist so so dermaßen unsymmetrisch dass ich das schon schön finde was ist das denn hier selten so ne scheiße gesehen ich glaub gibt es auch seit neuestem kometen absturz stellen in minecraft nicht weil ich wüsste warum ja weil ich was gefunden was so aussieht als wenn hier so ein riesiger grad also ein riesen komet irgendwie reingebrochen ist sieht zumindest echt so aus ich geb dir da jetzt so so area 51 style so hier in minecraft genau ja hätte aber echt style vor allem das geile ist mit meiner effizienz dingens baue ich schneller erdblöcke ab als mit einer schaufel ja das kenn ich aber ich darf nicht verschwenden ich benutze die jetzt nur um ressourcen abzubauen ich hab echt keinen bock immer so lange abzubauen obwohl ja dauert jetzt auch nicht so lange mit der dingens schaufel ne aber trotzdem andere musik jetzt gleich mal rein machen gibt ja immer dieselbe bei mir also nicht immer dieselbe sondern die wechselseitig selbe ja ich hab immer noch nur das taskforce zeug an ne nix anderes naja ich hab auch fast immer dasselbe ich hab immer so zwei playlisten und die mach ich immer im wechsel da könnte ich mir eigentlich so einen kleinen garten hinbauen alter oh na achmet sagst du kommst zu besuch bei mir na wie ne alte spinne ja sepp ich würde sagen mitsche ja sepp ich würde sagen mitsche ja sepp ich würde sagen mitsche oder meint er nicht guck mal ich fühl mich gerade als wenn ich butter schneiden würde ein ist ein creeper wah das sind einfach viel zu viele spinnen hier geht mir voll auf den sack da oben ist nix ne ne wir sind noch mehr oh ich erstmal nur den halben berg ab ver-a-a-a-a-a-gen ver-a-a-a-gen ver-a-a-a-a-gen ver-a-a-a-a-gen singen meine musik nach naja naja auch nicht das nicht dass ihr wieder denkt ich hab einen an der waffe ne da denken wir nicht ja das ist gut warum sollten wir das hier denken titte ja weiß ich nicht warum ihr das denken sollt aber ich denk das auf jeden fall nicht so komm komm wo sind die fetten diamanten die ich brauche ja nun schon wieder ne biene alte spinne ich aufs maul alter nice wie kann man eigentlich nochmal diese stein zäune machen einfach mit mit cobblestone wie so ein zaun geht das ja weiß ich nicht oh hier ist ja ein cave cool ach da war ich ja sogar schon drin oh jetzt ist das mit hier eingebaut hä btf ey ich hab schon wieder so große sachen gefunden hier das ist schon wieder alles viel zu unübersichtlich ich glaube aber ich mach mir danach erst noch ne spitzhacke die ich verzaubere bevor ich meine 34 level darf haben um die zu vereinen ah der brauche ich boah alter wie sind die eigentlich echt haben die voller in einer waffel da brauche ich ja ewig viele level ach wie war das nochmal konnte man nicht bei irgend so einem idioten auch ähm enchanting bottle dinger verkaufen ähm er kaufen keine ahnung kaufen bei einem von diesen nasenwichten da ja der cave ist so voller spinnen boah das ist auf jeden fall ein spinnen cave wenn wir erzählen was da wollen naja ich hab mir schon vier oder fünf spinnen zwei ich hab wieder ne kack ja ja hab ich auch schon das muss erst mal ein bisschen stein brennen ich höre die ganze zeit spinnen die haben richtig spaß spaß wo entschattung auf ja geil ja war es so ne frage der zeit da musste ich ja sterben da ist er da da ist er da da ist er da auf und wieviel level sind weg 15 geht da noch boah das ist ne kiste die hallo ich schon ja ich hab keine fang wie viele die ja hacken sind weg 8 ja ich finde die wieder auch holz ok das kann ja nicht sein da muss ja einer von den beiden ja da muss ja der sein da hinten ist halt doch irgendwo eine spinne alter ich glaub die ist hier bei mir im haus kann oder die krabbelte ja man hört so viel finde ich von den spinnen geil mit effizienz dingens kann ich ja jetzt obsidien richtig abbauen deswegen deswegen komm alter hinterher wechseln an meinen haus dran am arsch ja wo ging es denn jetzt raus ich will ja nicht mehr leben und weg da muss da ihr seien baum 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 und los boah ne ich fand das voll lustig ihr habt das letztens bei dir bei pokémon gesehen wo du gegen irgend so ein arena leiter war das glaub ich übelst rein gefailt hast Naja, das war ja dieser komische Hardvich, oder wie der hieß. Ja, das war richtig lustig, wo alle deine Pokémon an einem sterben und dann setzt er den Trank ein. Ja. Ich hab den hinterher noch, der war glaube ich Level 31 oder 32 und ich hab den dann hinterher noch mit dem Level 18er kaputt gehauen. Und schon mal richtig nach Hause gehen. Ja, so richtig, ne, wenn er dich fast geklatscht hat, wenn er dich geklatscht hat. Der hat mich, der hat mich drei oder vier mal, hat er mich kaputt gemacht. Du blöder Creeper, Alter, du scheiß Ohr. Hat er! Boah, dauert das lange hier mit dem Burn. Ich brauch mehr Öfen eigentlich. Mach mir gleich erste Saison durch, ich fette nur Ofenraum. Hat sich das... Meine Sachen jetzt wieder gefunden. Hä? Wie geil ist das denn? Ey, ohne Scheiß, du kannst ein Bild, was an der Wand hängt, da kannst du Rechtsklick drauf machen. Das kriegt die richtig aufs Maul. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Hä? Da sind wieder zwei, geil. Ey, Leute, ihr habt das gesehen, ne? Ja, geht doch. Was denn? Du kannst ein Bild an der Wand hängen, Rechtsklick drauf machen. Oder kannst du mit dem Mausrad scrollen, da kannst du das Bild so ändern. Ach, damit du bestimmen kannst, was da hin soll für ein Bild oder was? Das wusste ich auch noch nicht. Weil das Bild kommt, geht das nicht mehr. Komisch. Doch. Ach so. Ah. So, Whale-Points, dann machen wir mal die Rest-Points mal weg. Das stört nämlich nur. Wir sind wieder irgendwo spinnend. Ich freue mich. Das ist so mündend, das Bild. Ich mit der hackenden Hand auf den Tite. Der Tite da guckt richtig gut. Death? Das stört nämlichuku Speak. Das ist so mündend. Ich reflektes das Mal. Hab. Vielen Dank.